Hallo und willkommen zu Sonic Episode 4. Ich habe auch Episode 2 hier. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Ich habe ein Problem mit der Zeit, glaube ich. Das war's für heute. Oh, das war's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so ein Schleppigeschen, das er nicht so hat. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe mich nicht aufgelenkt, aber ich habe mich nicht aufgelenkt. Oh, ein Schlauch! Ich habe mich nicht aufgelenkt. Ich habe mich nicht aufgelenkt. Was ist die Art? Oh, das ist echt schwierig, das ist ja wie gesagt. Ich bin ja, ich dachte... Ich bin wieder kaputt. Oh, ich bin wieder kaputt. Und dann, wir leben hier weg. Ein Leben dazu, wir leben weg. Ja, das ist Null. Zeit, Leute. Ich bin, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war's für heute. 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 Mal gucken, was jetzt eigentlich mein Zichter drüben ist. Das ist ein Check-Up frei. Gucken wir mal an. Der Boss zum ersten Mal. Ja, soll ihr gleich sehen, das ist glaube ich der erste Teil, die erste Begegnung. Dann gehen wir mal. Mann, den Bauten... Da geht's nicht zu sein. Das ist die Überlegung. mistake, die erste Begegnung. Wunderbar, ihr werdet, die einen Stift erscheinen können. Hallo! Willkommen! Das ist neugierig geworden. Ich hab ja auch geholfen. Ach klar! Ja, das ist der Weg. Juhu! Nur ein Ring. Ja, super. Ich habe mir ermöglicht. Toll oder lass mich freuen? War cool. Naja, ich zeig jetzt mal. Mal schauen. Was bleibt denn? Nein, das bleibt noch nicht. Das bleibt noch nicht. Das bleibt noch nicht. Da, 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 da. Und? Kann in der Zone. Bitte. Ja. Ja. Da. Ja. Das ist eine Herausforderung. Ich bin ja, da. Ja, wir haben ja geschafft. Oh, nein. 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 Ja, cool, da lass uns mich freuen. Ich kann nicht großartig antworten auf neue Fragen oder sowas, vielleicht. Ja, zu sehr, das schief. Ich will das nicht selber schaffen, nicht mal. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So, das war Leben geholt. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.